Was hast du hier schon? Aragi, Aragi, ich muss dir noch den Gamesplanet... Hab ich dir schon den Gamesplanet? Nee, hab ich den noch nicht. Äh, den Mönchig muss ich dir da noch geben. Nachti, Veggie! Nacht. Ja, ja, bist schon richtig. Ach Gott! Ich glaube hier kommt nichts wieder an. Nacht! Ich bin tot! Warum das denn? Bist du immer ich? Das sieht so geil aus. Bei mir hängt eine Leiche hinten aber nicht mehr. Oh, wie geil sich das gleich fahren lässt. Ist okay. Ich geh schlafen. Nur weil es in jedem Baum mit Katzen ist, ich hab's genommen. Nee, du wurdest abgeschossen, ne? Jaaa... Instant headshot. Wow! Wow! Hallo? Ich lege auf dem Kollegen. Hallo! Ja, ja! Nein! Okay, jetzt häng ich fest. Geh zurück und bring ihn um. Das bist du mir schuldig. Bist du des Wahnsinns? Komm, ich ergere doch für uns wieder einen siebten Platz. Wirst du sehen. Mhm. Schön, dass du spielen kannst und ich nicht. Ach, ich muss einmal in der Richtung wissen. Oh! 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 Ach, ja! Ich glaub, ich kann in der Zeit meine eigene Runde spielen, ey. Wie sie angekommen ist, auf jeden Fall. Meinst du, dass ich so lange durchhalte? Wer weiß, wie lange ich die nächste Runde durchhalte? Ja. Ja. Ah, Battle Royale... Sean Raggy... ...eins mal. Ach so. 43, also wir sind schon immer unter den Top 50, Maurice. Ja, cool. Ja, ne? Tops, den lebe ich nicht mehr. Ach, Mensch. Weil Frau... Frau Dingsburgs hier nicht fahren kann. Tschaui. Hat sie jetzt die Adresse aufgeschrieben gehabt? Warte. Mal gucken, ob du deine Sau klar lesen kannst. Holland Ginny konnte ja wieder nicht fahren. Das ist Postlezeit, das ist der Ort und das ist die Straße. Ja. Ja. Warte, ich tringel's dir ein, was der Ort ist. Ich muss aber, warte mal, ich werde mich jetzt mal... warte mal... Ich werde mich jetzt mal hier ins... Hallo? Du bist schon, oder Lotz? Du bist du... Legst du dich jetzt mal hin? Hallo? So, warte mal, jetzt würde ich das mal eben ganz kurz die Adresse von... von Aragi mal kurz rauskopieren. Ich kann das nämlich auch gleich... Ich kann das nämlich auch gleich... Ja, in der Fall, weil das Problem ist, das bleibt ja nicht immer, weißt du? Bravo. Oh, what the fuck! Na, noch dazu schreiben. Du kommst nicht manchmal von Henni, Aragi? Ah, alles klar. Ich hab mich schon gewonnen, aber ich hab den selben Nachnamen. Ja. Bis jetzt übrigens, glaube ich, in den Top 30. Ne, 35. Naja, Top 30. Achso, ja. Also, ich bin D6. Hm, schön für dich. Ach nee, ich bin wie bei meiner Kirche, verdammt normal. Du musst sogar den Berg drüber. Ich muss mal so, dass ich was sehe. Ähm, ich weiß es nicht, ich hab mal F8, ich bin jetzt in F8. Bist du denn? Ich muss jetzt noch, ich bin hier, also hier irgendwo, ich muss jetzt noch weiter Richtung Westen laufen. Scheibenweißer. Weil in dem grünen Bereich es dann immer quasi frei hast, ne? Kannst du das Paket auch zu mir schicken. Ich gab es ihm auch versprochen. Was, ich habe es ihm auch. Ich gebe es ihm auch versprochen. Ja, ist klar, ne, Henni? Schon leider nicht das mit Gänsefüßchen. Weißt du, das ist ja... Hallo, Boss Raptor. Nein. Und was passiert eigentlich, wenn du denn in der Safety-Zäule bist? Ja, dann werde ich halt nicht durch ihr Gift vergast. Zeig ich dir nachher mal, da wird dann unten alles grün, da ist dann Giftgas. Ja, das hier. Bist du schon tot? Ah, ja. Awww. Awww. Aber ich hasse diese Kirsche. Verdammte Schwarze, ey. Auch wenn das war jetzt was ist. Jetzt bist du unter 30. Ja, jetzt bin ich Platz 21. Das wäre natürlich schön, wenn ich hier hochkommen könnte. Weil dann habe ich wenigstens so einigermaßen alles im Blick, was du? Du kannst das mal kommen. Ja, das Problem ist halt nur... Da kommst du nicht hoch. Jupp. Ja. Deswegen versuche ich meistens eigentlich immer so ein bisschen... Wuhuuu. So ein bisschen hier so zickzack bis hin und her zu rennen. Ja. Weil manchmal sind da oben schon immer dann die Leute. Du kannst fliegen. Wuhuu. Yay, Platz 28. Ich komm nicht mehr. Oh mein Gott. Danke für den volle Pass. Hätte ich jetzt alle beide Dinger in meinem Ohr, ich glaube, ich werde wieder übel erschrocken. Wer mich so hochkonzentriert ist, das ist jetzt extrem... Du darfst mal bei einem Horrorspiel machen. Oh ja, bei meinem Horrorspiel muss ich mein Headset aufsetzen, damit ich halt das ganze ringsrum merke. Ja, Schritte von unten rechts, unten links jetzt. Was? Wow, jetzt habe ich erst gesehen, dass oben rechts dein Kompass steht. Wow. Hä? Lol, hast du das noch nie gewusst? Oben rechts steht Süd, Südost und sowas. Oh, fuck. Komm, lass mich wieder hoch. Ach, geil, warum? Da muss ich halt jetzt hier runterrutschen. Hup, dort. Das wär's ja... Hätte jetzt gefeuert. What? Im Ernst? Was 301 Follower erreicht? Nice, wow. Ich habe heute nicht nachgeguckt, aber... Yeah! 300 Follower! Wow! Party! Platz 27. Dafür werde ich jetzt erster Platz. Wirst du sehen. Eigentlich nicht, aber egal. Da drauf hätte ich immer nicht platt hin. Cool. Warte mal bis jetzt... E7. Ne, ich bin komplett in der Safety Zone. E7. E7. Bin ich. 5 für dich. Nur für uns, Maurice. Du bist jetzt nämlich auch Platz 27, obwohl du eigentlich relativ zügig gestorben hast. Obwohl ich draußen bin. Naja. Naja. Hat wenigstens dem moralischen Effekt, ne? Genau. Obwohl ich mich gut fühle. Och ne, nicht schon wieder! Wiederscheiß Kirsche. Ich fahr rüber... Erbarrikalb... 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 Ja, aber die sind nicht durch Gas gestorben. 22. Komm schon! Da kommst du auch. Du musst dich auf den Stand nehmen. Jetzt kommst du auch. Jetzt kommst du auch. Du musst aber auch immer die inoffiziellen Wege nehmen, ne? Da, siehst du es? Rucksack! Uh! Das ist wie ein Woki-Toki, oder? Das ist ja alles voll wie Grafikfehler. Ne, wieso? Das ist ja das Giftgas. Ja. Nein! Ach komm schon! Oh, warte mal! Da liegt einiges! Warte mal! Eine Sniper, oder? Ne, eine Sniper gibt es nicht. Doch! Doch, es gibt eine Sniper. Echt? Habe ich noch nie gehört. Ja, ein... Gewehr. Ja. Das geht nicht. Wie soll ich denn hier nicht hochklettern? Könnte sein, wenn das auch schon ein bisschen Leider drum ist. So, warte mal! D7! D7! Ich habe hier komplett einen grünen Bereich. Wenn ich Glück habe sogar, kann ich hier bleiben. Mal gucken. Das ist jetzt schon die Hüte da. Du hast ein Leib alles. Ist schon wieder gestorben. Du musst echt extrem aufpassen. Anscheinend sind Spannler. Ja, Kackasi. Am sterben. Ja, dann müssten die einfach von links kommen. Rechts können die doch ein schönes Werk aufkommen. Theoretisch. Ja, die könnten auch von hier kommen. Ich will dich schwer. Da liegt nackst du. Da kommt die nicht hoch. Also hier... Naja gut, wenn die... Die meisten Leute, die kennen sich halt voll aus. Die wissen ganz genau, bei welchen Gesteinen sie hoch nach Köln und bei welchen nicht. Weißt du? Wir müssten einmal 1x3 Battle Royale spielen. Oh, warte mal! D7. Okay, ich bin immer noch im grünen Bereich. Weil es geht nämlich jetzt relativ schnell, da muss ich mich beeilen. Was ist denn ein Glaube? Ich komme mit Gruselmusiker. Ich bin da jetzt der Rest. Oh! Ach da ist er... Ich bin jetzt gerade über das Schrocken. Ich bin schon im Top 20. Ja, wenn ich Glück habe, gewinne ich hier oben echt noch. Ich muss noch gucken. Wir sind immer noch D7. Also das wird knapp. Ich weiß nicht, ob das dann hier... Wir sind genau hier. Wir sind nur für eine Radiostation. Naja, hier auf D7. Also quasi hier, das äußerste Ecke von Ecken. Der äußerste Ecke von Ecken, worauf sind wir jetzt. Der Ecke von Ecken, worauf sind wir jetzt. Wie gesagt, ich... Ja, mal gucken, ne? Ich weiß ja nicht genau, wo es sich jetzt quasi das Finale abspielen hat. Was ist denn? Wow! Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Da kommt's. Das Gas. Na, guck mal, wo du ins geht. Wie ist es da? Na, ich bin immer noch D7. Also noch alles im grünen Bereich. Ja. Das geht jetzt quasi bis hier hin. Ja. Mal nacheinander gucken. Ach, die Welt sieht sich gleich. Ich verraschen? Ja. Müsste kleiner sein, damit du den zu mal vor Gegner siehst. Obwohl, wie gesagt, wir fangen mit 150 ab. Eben. Das ist doch schon heavy. Schau, in der eine Runde, die du jetzt gespielt hast, habe ich ungefähr 3 oder 4 gespielt. Alles klar, Körkasi. Dankeschön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschööö. Schönen Abend hier noch. Und es tut mir leid für die Standbilder, aber eigentlich liegt es nicht an meinem Stream. 3 Minuten noch, dann geht die nächste Welle los. Oh, der sieht mich. Ich bin immer noch gut. Sehr schön. Ich bin immer noch komplett im grünen Bereich. Und 19 Leute noch noch. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Penny, drehst du dich. Oh. Schnüppel, oh. Schnüppel mehr aus hier. Okay. Pancam. Puh. Wenn das schon mal wird. Oh. Lüde. Okay, ich denke mal hier oder hier spielt sich dann alles ab. Mal gucken. Siehst du. Verrecke. Verrecke. Wow. Hey, ich bin am Platz 18. 18, naja. Au. Nach der Stuhl. Bringt die Achsen und fällt nur Bäume. Ja. Kann man eigentlich noch andere Modis hier spielen bei dem Ding? Ja, ja. Ja. PVE, dann hier auch Battle Royale, wie wir jetzt machen, nur mit Zombies noch mit dabei. Ja. Ja. Im PVE, da bist du ja alle so nett mit dem Ding. Zumies kennen oder was? PVE, dann PVP. Das gibt so viele verschiedene Modis. Was machst du da im PVE? Okay. Na ja, quasi auch noch die Maps rumrennen und dich abschießen. Da gibt's halt nicht so. Du musst Erster werden, sondern halt... Du kannst so lange spielen wie du willst. Okay, noch D7. Oh... Ohne Spaß, ne? Ich bin so mega krass angespannt gerade. Mhm. Ich bin nicht da schon irgendwie gewöhnt, die ganze Zeit zu sterben, also... Ne, aber das Problem ist, ich bin halt noch nie wirklich so weit gekommen, dass ich halt wirklich die Chance hab, ohne den Top 10 zu bekommen noch. Hm. Ich hab mal... Einmal... Bis 3 gekommen, also... Bis 3. D7. Wir müssen auch noch im grünen Bereich kommen. Wenn ich so bin, dann geht's erst mal. Pfff... BICK DICH! Mauriz ist wieder gestorben. Da kommt einer mit der Farbenkarte. Awww. 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 Ich kann kotzen. Okay. Oh Gott. Ich muss noch kommen, wo es vorhin ist. Der Gift. Wie gesagt, ich bin noch im grünen Bereich. Alles easy. Hmhm. Genau hier bin ich in dem. Hmhm. Okay. Boah. 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 Boah, ist nicht kaputt. Ich sehe da aber überhaupt gar keinen. Dann käme ich auch alle versteckt. Das zieht nämlich jetzt schön im Kreis, wie wo er um mich rum ist. Ja, wie gesagt, wenn er von hinter dir herkommt, wenn er eh nochmal kommt. 17! Oh, D7. D7, 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 das wird knapp. Aber ich bin immer noch genau in der Safety Zone. Ich bin aber knapp jetzt. Oh ja, du hast schon ganz nass die Finger. Ich hab dich in den Nerven. Ja, ich hab immer feuchte Finger, wenn ich angespannt bin. Oh Gott. Was, wieso hörst du dich jetzt nicht mehr, Maurice? Was? Ich hör dich nicht, warte mal. Ja, WTF? Blöd. Du bist bei mir gerade übelst leise. Du hast gerade gehössert und seitdem bist du übelst leise. Okay, WTF? Warte mal, ich stelle mich mal eben kurz hier irgendwo runter. Wir gehen nach Knüppeln. Warte mal. Sag noch mal was. Hallo? Wo? Ich hör dich nicht, keine Ahnung, woran das jetzt gerade liegt. Mach's doch raus, das ist kaputt. Vielleicht ist das Stecker nicht mal richtig drin. Na, Team, wir müssten dich eigentlich mal ganz normal hören. Ich bin jetzt die Einzige, die dich gerade nur übelst leise hört, denke ich mal. Ich hab keine Ahnung. Dann musst du schreien. Schatz, zieh mal hier raus und mach mal wieder rein. Ich hab ihnen gerade die Tasche gehört, ist das schlimm? Ne. Sag mal was. Ne. Ja, jetzt hörsch ich wieder. Jene macht das eine? Hab ich doch recht gehabt. Lass fallen. Boah, lebst du noch immer? Ja. Verreckt doch. Boah. Ich hörsch ich wenigstens irgendwie dran. Was? Was? Eigentlich müsstet ihr mich noch hören. Zumindest seh ich. Ich hör dich doch. Hab ich schon im Stream. Nein, ich meine aber weil zumindestens... Ich hätte halt gerade gesagt, wir hören nicht mehr. Wollte ich gerade sagen, weil ich sehe das doch im Stream. Also, dass das halt... So, jetzt machen wir ein bisschen Action, hör mal runter. So, meine sechste Runde. Und nach fünf, ich weiß es nicht. Wie so ein Noob, ey. Du bist auf der nächsten Welle, rennst da runter. Du killst alle. Ne, 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 ich renne nicht runter. Du musst sowieso jetzt demnächst laufen. Ja, ja. Es geht ja darum, zu gewinnen, mein Schatz. Campen, ja. Es geht darum, um zu campen, genau. Und was passiert dann, wenn du gewonnen hast? Ne, bekommst du Loot. Kisten und so'n Spaß. Mhm. Dann musst du aber vorher die anderen nach oben latschen, dass die nicht deine Kisten... Ich glaube, zwei Gewinner könnten es maximal sein, wenn es die aus dem selben Team sind. Ist das wenn du fünfmal spielen hast? Aber ich glaube... Ähm... Ich glaube aber, dass es irgendwie so gewesen, glaube ich, wenn du zu zweit bist und du dich aber Ewigkeiten vercampst, so dass es... Vom Prinzip hätte die sich nicht gegenseitig umschießen. Ähm... Gewinnen dann alle beide, meines Erachtens. Glaub ich, irgendwie sowas war das gewesen. So war dann, ne. Hm. Immer noch im Grundbereich. Das könnte jetzt halt knapp werden, weil ja hinten kommt halt jetzt ganz gutes Gas. Ja, siehst du schön, wie es wandert. Okay, theoretisch müsste ich also auf die Seite darunter. Ich würde es halt erstmal warten, wo dann die nächste Safety Zone kommt. Denn erst dann gehe ich runter, hast du? Mhm. Oh, da ist ein Package. 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 Ist hier noch irgendwo ein Package in das einzelne Package? Oh mein Gott. Und dann holst du? Ich würde es berufen. Ah, haha. Ich bin genau am gleichen Spot wie du. Ja, ja. So. Ach du Scheiße. Okay, D7 stimmt schon mal. Jetzt muss ich ab. Jetzt muss ich überlegen, in welche Richtung. Richtung Nordwest. Ich bin auf D7. Genau in die Richtung muss ich also laufen. Ach Scheiße, echt jetzt? Ja, ich kann ja nicht die ganz steile Klippe runterholen, weißt du? Okay. Also ich kann es. Ich habe es überlebt. Okay, das kann jetzt richtig lustig werden, weil jetzt die letzte Safety Zone angezeigt. Ich muss quasi D7, 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 CD, CD, D7. Wenn ich da bin, dann bin ich gut. Und das auch? 18 Euro, D7. Witzige ist, du laufst gerade genau den gleichen Weg wie du. Bleiben parallel im Universum. Oh, ich sehe nichts. Scheiß Steam, geh weg. D7. D7. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt hier einfach so renne, hä? Ja, hier schießt nämlich schon wieder jemand. Du hast einen Schuss. Du hast die nicht. Okay, 14. 14, 14, 14. Wir sind Platz 14. 14. Witzige. Jaja, ich weiß. Warte mal. D7. Ich muss eigentlich ja nur nach Westen laufen. Nach Westen laufen? Zu CD. Ich hab grad echt keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin irgendwo bei der Berge. Ich trau's da eh nicht dran. Stellt sich hin, dass du ein Stein und Jill... Achso. Scheiße. Das schießt wirklich. Ja, ich merk's. Der trifft aber nicht. Aber da siehst du nur mit der Pistole. Hä? Ich seh nix. Oh scheiße, die stehen oben. Auf dem Berg, ja. Ich blute. Ich bin sowas von am Arsch. Weißt du warum? Weil das scheiß Package dort gelandet ist. Die haben sich oben alle verbunden und das hast du richtig gesehen. Oh, ich bin Platz 8. Ach man. Wie ist es Freud? Also du machst ja dein anderes Ding. So Mädels. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bin Mac. Okay gleichfalls. Viel Spaß euch noch. Warte, ist die Anfrage von Ruben. Hm. Und jetzt ist Moik da zum Spielen. Ja, ich habe gesagt, ich mache jetzt noch die eine runter. Ja, ja, okay. Äh, meinst du in Steam hätten oder wo meinst du? Mike? Ja, bitte? Meinst du in Steam hätten? Ja, ich habe ihn schon gehadet. Meinst du Marius? Ach so, du meintest... Ach so. Aber wie gesagt, ich zog jetzt nicht mehr. Ich habe gesagt, ich mache noch die eine Runde und dann mache ich H1Z1. Ja, ist sie. Oh, ich habe jetzt heute genug H1Z1 gespielt. Es reicht. Marius, noch schlimmer? Ja, ja. Boah, das übersteigt gerade. Irgendwie will ich noch irgendwas reißen werden. Ich kann es leider nur in Schleiße machen. Es tut mir leid. Hier, Schatz? Ja? Willst du bloß mal so liefst und tust mal den Stuhl hier weg räumen? Jo. Und er muss wieder aufräumen. Ja, normal, ne? Ja, ja. Ach so. Hm? Oh, ich... Die scheiß Option, what the fuck? Das ist ja übelst. Das wird schnell. Ja, du musst aufpassen, ne, beim Spiel. Wieso? Wegen Lichtempfindlichkeit. Wenn ihr Arsch einziehen. Hä? Ja. Ja, ja, am Anfang. Oh. Wieso ist denn die Maus so extrem schnell? Steuerung. Kameraempfindlichkeit. Mausempfindlichkeit. Oh. What the fuck? Wieso ist das so komisch? Das nächste Mal spielen wir Armbar 3, okay? Armbar 3 Battle Royale. Armbar 3 wär ich auch dabei. Ja, da kenn ich mich besser aus. Ja, das Game ist auch viel besser. Warte mal, ich werde jetzt mal gucken, ob das Google funktioniert, wenn ich die Tastler dort im Controller kann stecken. Ich muss jetzt mal, Penny, ich muss jetzt mal rausklicken, also deine Kamera. Sonst habe ich kein USB-Port mehr dran. Eiskalt. Ja. Penny, sorry, deine Famezeit ist vorbei. Nee, nee, mach einfach deine aus. Ja, toll. Es ist Penny im Stream, nicht deiner. So. Hm. Das geil ist... Das geil ist, man sieht halt Penny immer noch im Stream. Aber halt nur noch als Standbild. Man könnte denken, die schläft immer noch. Lol. Alles klar, Tobi, bis gleich. Alles klar, Tobi, bis gleich. So. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ja, geht. Ja, Marie, sag mal, wie kann ich die anderen Noobs muten? Gar nicht. STRG und M drücken. Boah. Oder? Nein. Jetzt ist das Spiel gestartet. Hm. Ich bin DS6, wo bist du du? Ich auch. Ich bin aber eben Mute im TS, ne? Ich bin lieber dir. So. So. Okay. Ich werde jetzt mal streamen bedingt. Werde ich das jetzt mal ein bisschen heller machen. Ähm. Damit ihr halt besser was seht. Schwierigkeit. Einsteiger. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das erste Mal, dass ich ein Horrorspiel zocke, ja? Komm, geh gar nicht zu nahe, damit sie nicht packen können. So. Naja. Oh. What? Okay, ich wollte schon sagen. Fängt ja schon mal gut an. Ähm. Ist der Sound so okay? Oder ist es zu laut oder zu leise? Leise? Leise. Ahem. Ich mache es gleich lauter, sobald der Prolog fertig ist, okay? Schreiber 4, Jahrtausend ist leider nicht sicher, dass es mehr überkommt. Geht das irgendwie? Oh Gott, oh Gott! Hm. Junior detektiert man. Irgendwasche Ideen. Ich bin sicher, dass die Atmosphäre schon da sind. Das erinnert mich schonmal stark an Outlast. Was meint ihr denn zu? Connelly, gebt der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Gittman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal oben. Okay. Ja, Maik. Tja, mal gucken, ne? So, Option. Ne, Sound. Ach. Wann muss ich das so machen? Ist es jetzt besser? Ich schicke das schonmal, weil das so übelst real aussieht. Also ich hoffe jetzt mal, dass der Ton in den Autos besser ist. Alles klar, Bésir. Vielen, 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 vielen Dank nochmal. Hätte ich... Bis Samstag, genau. Die Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Hauptsache Erdnerwaffe und ich nicht. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Also ich sag schonmal, ähm... Wir haben es um elf so... Maximal... eine Dreiviertelstunde ungefähr zock ich. Wieso hab ich denn keine Waffe? Das ist doch scheiße. Und wieso läuft denn der so behindert? Mach ich wenigstens Spuren? Ne, natürlich nicht. Hä? Wo? Wow. Hä? Wo ist er denn? Hä? Bin ich jetzt doof? Ach, hier drüben. Lurikisch. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Hm. Okay. Hey, Bro! Wir tropfen. Dezent. Oh, ne Ratte. Das Geile ist, das Blut tropft wie Schwein runter, aber irgendwie lag da kein Blut, oder? Das sah schon dezent komisch aus. Ja. Es tropft halt ins Nichts irgendwie. Oha! Hey, Bro! Der sieht auch nicht mehr gesund aus, ey. Da blinkt ein Messer. Ich geh mal davon aus. Ich glaub, weiter ran können wir gar nicht mit der Kamera. Ich würde ja gerne mal wissen, was der macht. Tobi, Alter. Oh, im Ernst? Hm. Mhm. Okay. Hm. Ja, Brüller halt noch weiter rum. Okay. What the fuck? Ich wär so gerne Millionär. Dann wär mein Konto niemals leer. Ich werde es dir schon zeigen, weshalb man keine Horrorspiele spielen sollte. KZ Skull. Ohne Spaß. Ich werde nur vorrecken wegen den Donations. Weil ich mich einfach so zur Hölle erschrecke wegen den Donations. Ich werde nicht mal irgendwie... Wo soll ich denn hier lang? What the fuck? Weiß ich... Ich werde nicht mal irgendwie durch das Horrorspiel, denk ich mal... Weiß ich nicht... Ah, schleichen. Ah. Das war zu früh. Oh mein Gott. Das ist ja lustig. Hey, wake up. Was? Ne, jetzt nicht. Jetzt nicht. Nichts. Wake up. Ich hoffe noch nicht, dass der jetzt vielleicht dort wieder rauskommt. Dann hätte ich ein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er kommt halt einfach aus dem Nichts wieder raus. Wo soll ich denn lang? Verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. lasst mich ich darf das vielleicht muss ich aber der schach ist ja zu hier die tür ist ja auch zu schleichen den töten und dann der lang okay da leuchten schlüssel what what hallo wie kann ich denn rennen da läuft du mal übelst langsam rennen geht wohl gar nicht ich muss rennen nein fällt natürlich nicht auf was macht er auch man gebt mir mal ein paar tipps ich habe überhaupt gar keine ahnung das ist irgendwie gerade ein bisschen deprimierend schleichen den töten und dann da lang ja mir ist es bewusst dass da wie gesagt was leuchtet aber wieso macht er denn nichts das spiel ist jetzt schon über das leben das ist doch scheiße manu läuft doch und schleich nicht all da läuft ja die ganze zeit so langsam das ist ja mal übel abkackt komm ich erzählen und da lang das ist ja du lauf doch mal schneller ich muss mal gucken das geht ja gar nicht klar wieder schleicht steuerung schleichen ich kann nicht mal schnell laufen dankeschön ich wünsche dir auch noch einen schönen abend und danke fürs reinschauen das ist ja nicht und so bloß �� ich bin gravity mit bieten ich bin die itz stream ich bin bisschen es ist nicht hauptsache ich kann jetzt gerade gar nichts machen das ist irgendwie ein bisschen scheiße egal was ich drücke da passiert halt einfach nicht gerade nichts ich kann mal gucken was nein mensch lass mich doch mal in ruhe ich wollte doch jetzt hier möchte ich hast du neue aktion zuweisen nein nein das ist lustig dass ich wenn ich jetzt so mache kommt es automatisch aber ja zielen sprinten ja aber wieso geht denn das sprinten dann nicht der schild hier nicht nicht kuck halt einfach nicht nach hinten ist so ein vollpfosten ohne spaß so typisch das ist so dermaßen klischee das ist echt der wahnsinn cool nicht Aber ohne Spaß ist es so typisch Horror-Horror-Spiel-Klischee. Weil ich höre von hinten die übelsten lauten Schritte und natürlich reagiert er darauf nicht. Mal gucken, ob das noch was wird. Pumpe die. Mal gucken, ob wir überhaupt durch können. Ja. Ah ok, das ist ein Kontrollpunkt. Wegen der Prüffahrt hätte ich nichts. Habt ihr zufällig oder hat einer von euch zufälligerweise gestern die Dokumentation gesehen über den Typen? Der sich regelmäßig Schlangengift spritzt? Gut, hier ist nichts. Ja, Cookie. Die Dokumentation, die war übelst awesome gewesen. Da ist irgendeiner... Genau, noch aus Amerika oder so war der bestimmt gewesen. Ähm, der tut sich regelmäßig. Der hat mehrere Giftschlammen zu Hause. Und der tut sich regelmäßig einen Cocktail aus verschiedenen Giften quasi. Ach komm, Quickie, als ob. Im Moment ist es doch noch überhaupt nicht gruselig. Auf jeden Fall tut er sich wirklich einen Cocktail aus verschiedenen Giften regelmäßig spritzen. Zwar eine ganz kleine Dosis, aber... Wo geht sie raus? Was? Oh mein Gott, hat er mich jetzt erschrocken, die Stimme. Ähm, auf jeden Fall... Der war, ich glaube irgendwas mit 60. Irgendwas Ende 50 rum, die Drehe. Und der war beim Hautarzt und ohne Spaß. Der... Der Typ, die haben den halt äh... Hallo, ich soll doch grad A drücken. Wieso denn jetzt auf einmal nicht mehr jetzt? Und jetzt Buch. Okay. Und die haben dann anhand des Hautchecks... Haben die gesagt, der hat eine Haut, ja? Ein Reinheitsbild und ähm... Die Feinheit wie eine Babyhaut. Das ist so krass. Der hat auch gesagt, mit dem... Mit dem Schlangenkipp, was er sich regelmäßig spritzt, Dadurch ist seine Haut so viel besser geworden. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ist einfach so krass. Jetzt ist zugeschlossen. Alles zugeschlossen. Ach ja. Kann ich dir nicht hochdach. Na komm, lege mal die Zahn zu hier. Mhm. Mhm. Systemtest beginnt. Erfolge. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verlust minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. Ähm... Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Ich fasse Stenograph. Berichtet über Unwohlsein, Anschließend Kummer, Unbekannten Gründen, Arzt und Beendigung von Stimmensystem an. Ein Mitarbeiter klagt über Übelkeit und Verwirr. Er, dieser Mann ist aufgetaucht. Gut. Ach komm, laber doch nicht, Henning. Ach komm, laber doch nicht, Henning. Ja. Ich muss sagen, das Einzige, was halt mega geil ist, ist die Grafik. Die ist echt übelst awesome. Ey, das erinnert mich so krass an Outlast. Das ist Wahnsinn. Haben Sie die balde detoxen? Ja. Und dann garm peace بعد, und dann beimhischen. Das ist so typisch Outlast. Weh, du machst jetzt meine Türe auf. Wachs dir. Ich fordere mal noch einen kurzen Moment. Kann das ich mal wieder verpieseln? Ich muss jetzt mal gucken. Ist mir noch zu laut. Wenn ein Gegner befindet sich in der Nähe... Oh mein Gott! Tobi! Weil ich dich mag. Tobi! Mann! Danke schön. Auf jeden Fall. Was ein Gegner findet sich in der Nähe. Entdeckung ein Gegner hatte ich bemerkt. Okay. Wenn sich ein Gegner in der Nähe befindet, erscheint das Nähe-Symbol. Wenn sich ein Gegner entdeckt, erscheint das... Ach na! Sowas! Was? Scheiße! Das ist so dermaßen geisteskrank der Typ. Ich weiß halt nicht, was er macht. Erstmal weg sein. Okay. Hältst du bei mir in der Nähe irgendwo? Da läuft bestimmt gleich bei mir vorbei. Gehe ich von aus. Na komm, verpiesel dich doch mal wieder. Komm schon. Es ist übrigens kalt irgendwie. Hier meine Maus. Arme Schnecke. Und der ist noch da drinnen. Ach scheiße, ich muss da rein? Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach xem. Ach nein. Ach nein. Ich bin so am Arsch. 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 Ich bin so am Arsch.